Und wir erinnern uns, der letzte Eckball, den Anomna getreten hat vorhin, der war richtig gefährlich und jetzt der nächste. Wieder auf Melsic im ersten Moment. Und was für ein Gefühl im Strafraum Nagazato versucht's. Frausing versucht's. Keiner kriegt den Ball rein und jetzt ist die Szene vorbei. Frausing mitbeteiligt an der Szene. Nagazato auch. Hier sehen wir's nochmal. Ball siegelt lang und weit. Frausing versucht's einmal. Nagazato das zweite Mal, das dritte Mal. Frausing auch ein viertes Mal. Und erst dann können sie klären und dann gibt's auch noch einen Freistoß für Wolfsburg.